Fantastisch! Wir haben ein paar Pokestops abgegrast und ja, ich hoffe es gefällt euch, ich hoffe ihr mögt diese Folge und wir gucken einfach mal rein, was so passiert ist, äh, es ist ausgebrochen, das Raupi ist ausgebrochen, ich hab's nochmal versucht zu fangen, links seht ihr den Mabuel, den Bild, Level 4, ich bin, äh, ich müsste Level 8 sein, glaube ich, mittlerweile schon Level 9 und läuft und bei mir, äh, ohne Witz, bei mir im Dorf, ey, solche Freaks, ich krieg kaum eine Arena eingehoben, Alter, wie oft ist dieses Raupi bitte ausgebrochen, ich bin doch zu blöd zu werfen, ja, seht ihr auch mal eigentlich ganz gut, ähm, in diesem Video, so den Unterschied, Bild hatte, glaube ich, bei sich hatte er, äh, Augmented Reality aus, in der, in der Kamera, das heißt, wenn er ein Pokémon fängt, seht ihr das, so wie es, äh, quasi im Comicstil, bei mir seht ihr es dann mit Kamera im Hintergrund, Raupi wurde gefangen, wir kriegen 110 EP, da sehen wir es jetzt, er hat noch versucht es anzumachen, aber das kannst du ja nur machen, wenn du, wenn du quasi vor einem Pokémon stehst, da sehen wir jetzt schon den ersten Pokestop, den ersten Pokestop, den wir da haben, mal gucken, was es ist, mal gucken, was da so rauskommt, ähm, es ist nicht das gleiche, was wir bekommen, das ist auch ganz wichtig nochmal zu wissen eigentlich, ich, äh, Volcanic Stone Fountain, ja, sieht doch ganz, sieht doch ganz lustig aus, er hat bekommen vier Pokébälle, was hab ich denn bekommen, ich auch, ja, okay, in diesem Fall war es nochmal gleich, in diesem Fall war es nochmal gleich, ja, sehen wir es auch bei mir, teilweise, ich hatte echt eingeschränkte Verbindungen, das merkt man teilweise dann schon, das merkst du teilweise wirklich schon, wir haben einige lustige Pokémon auf jeden Fall gefunden, es war, es war, es ist so lustig, es ist so, keine Ahnung, deswegen habe ich es auch Multiplayer-Fun, glaube ich, genannt, die Folge, weil du wirklich, ja, wenn du, wenn du, wenn du mit, wenn du mit 1, 2, 3, 4, 5000 Kollegen rumläufst und ein bisschen, ähm, auf, auf, auf Jagd gehst, ein paar Pokémon fängst und so, es macht richtig Spaß und wir haben sogar Leute gesehen, die da auch rumgelaufen sind, es war einfach so offensichtlich, wie sie da rumliefen und die ganze Zeit auf ihr Handy geguckt haben und dann habe ich mal geguckt, was auf ihrem Handy lief, natürlich, Pokémon Go, es war so, es war so offensichtlich, der Ring, was ist das? Das ist der Ring, bei ihm ist zum Beispiel, bei ihm hat es schneller geladen als bei mir, das hat man, glaube ich, gesehen, ich denke mal, das liegt an der eingeschränkten Verbindung. Ich habe jetzt mir nochmal so Datenscheiß gekauft, mal gucken, ob das dann besser läuft, siehst du, ich habe zum Beispiel, ich habe zum Beispiel, ähm, Himibären gekriegt und er nicht, aber wir laufen mal weiter, wir laufen mal weiter, wir haben die, da sehen wir schon die Fußspuren und da sehen wir auch noch eine Arena, da werden wir gleich auch noch kämpfen, auch wenn sie, auch wenn sie meinem Team schon gehört, auch wenn sie meinem Team schon gehört, ich habe jetzt auch echt die letzten Tage so oft vergessen, einfach mal, oh, da sind da so ein Viecher, ich habe einfach so oft vergessen, Leute abzustellen, also, Viecher abzustellen, Fleckmon, ein Fleckmon und wo ist der, ach, da ist das andere Fleckmon. Da läuft er rum und ist auch selber noch am, er hat sich Schuhe, direkt vor den Schuhen gefangen, es ist, es ist, es ist, es ist ausgebrochen, komm, Matthias, Matthias und das Fleckmon, ein Auto, die denken sich wahrscheinlich auch, was machen die da? Wenn du dir anstellst, dass die Kamera aktiv ist, dann ist es leichter, die Pokémon zu fangen, das macht allerdings in meinen Augen auch weniger Spaß, weil du ja dann, äh, ja, weil du ja dann das im Hintergrund nicht siehst, was ja eigentlich den Spaß dieses Spiels ausmacht, deswegen, er hat auch mehr EP bekommen dafür, habe ja auch nochmal geguckt, ob man es ausstellen kann, aber geht nicht, da kannst du nur wirklich, wenn du das Pokémon vor dir hast, kannst du es an der Kamera eben ausstellen. So, da sind wir in der, in der, in der Bigge Bahnhof Arena, wo der Bruno schon, äh, ja, da hat der Bruno schon was, mal gucken. Bei ihm sind, bei ihm kommen auch drei Nachrichten an, das konnte ich nicht mehr rausschneiden, weil das ist, es hätte sich sonst zu weit zoomen müssen. So, Traumato gegen Shiggy, das ist teilweise ein bisschen, äh, lädt immer ein bisschen lange, ne, mit dem Go, bis es mal, bis es mal losgeht, aber jetzt haben wir es. So, kommen wir sofort die, 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 die Attacken, ich habe jetzt aber auch, ich, kannst du so schnell, kannst du gar nicht ausweichen, ohne Witz, weil da müssen sie auf jeden Fall noch was machen, dass man mal gescheit ausweichen kann. Ja, der müsste jetzt noch gleich eigentlich, ja, der ist weg, der ist kaputt, Shiggy ist kaputt, jetzt hat er natürlich noch einen Tauboss, King, King Sheldor heißt der, glaube ich, ne, der da gerade war, also, sieht man schon, da ist schon definitiv einiges, ja, am Stissel und wir haben verloren. Wir haben verloren, allerdings konnte ich da auch kein Pokémon mehr abstellen in der Arena, deswegen ziehen wir mal weiter. Schon ganz lustig, ne, mit zwei, dass man mal so zwei Bildschirme sieht, hab ich, war, war so eine spontane Idee, war so eine spontane Idee von uns, dass wir uns mal gedacht haben, komm, da lassen wir mal zwei Bildschirme gleichzeitig laufen und schauen mal, was da so, äh, ja, was da so raus passiert und was sich da so ergibt bei uns. Jetzt laufen wir auf jeden Fall mal weiter, da sehen wir da auch noch ein paar Fußspuren oder beziehungsweise Anzeichen, dass da irgendwo noch ein Pokémon in der Nähe ist. Machen wir, wir laufen mal weiter, wir laufen mal weiter, wir gucken mal, ähm, was da noch so war mit dem Bild. War auf jeden Fall lustig, war auf jeden Fall richtig lustig, dass wir mal zusammen so ein bisschen rumgelaufen sind und mal ein paar Vieks gefangen haben, auch wenn jetzt er jetzt nicht so richtig hinterherkommt, wie es scheint, ich bin jetzt schon auf der Hauptstraße. Also, er ist noch ein bisschen zurück. Er hat auch noch kein, siehst du, ne, er hat noch kein Team, er ist noch keinem Team beigetreten, das geht ja erst ab Level 5, also er müsste jetzt bald auch Level 5 sein. Ich hoffe, er wird meinem Team beitreten, er wird Team Gelb beitreten. Mal gucken, mal schauen, mal schauen, mal schauen, ihr könnt auch alle Team Gelb beitreten. Dann seid ihr, seid ihr alle in meinem Team und in Kiras Team und in, keine Ahnung, wir sind, wir sind, glaube ich, im Clan fast alle Team Gelb. Also, da sehen wir es jetzt noch, da hinten ist die, wieder die Ruhe, die begleitet uns jetzt hier durch alle, die begleitet uns jetzt durch alle Folgen. Das ist zum Beispiel bei ihm, ah gut, er hat das jetzt rumgedreht, ihr seht das jetzt bei ihm quasi aus einer, aus einer anderen Himmelsrichtung, seht ihr ja oben rechts, an der Nadel. Bei mir sehen wir es jetzt aus der Richtung und da ist noch ein, wieso zeigt er mir denn den, wieso zeigt er mir denn den Pokéstopp als schon gemacht an? Ich hab den noch, eigentlich hatte ich den nicht gemacht, aber wir schauen mal nach. Wir schauen mal nach, oder hatte ich den schon gemacht? Ah doch, klar, den hatte ich schon eben, den hatte ich schon gemacht, genau. Der hatte ich schon gemacht, ich musste ja einmal, weil da Schienen waren, da waren Schienen im Weg und da mussten wir einmal einen Kreis machen und wir konnten nicht über die Schienen, wir konnten natürlich nicht über die Schienen laufen. Jetzt zeig ich dir mal wieder an, dass er nicht gemacht ist. Oder er hat sich gerade, oder er hat sich gerade wieder regeneriert, das kann natürlich auch sein. Wir werden mal drauf achten, wir werden mal drauf achten, wir laufen auf jeden Fall noch ein bisschen rum. So viele habe ich gar nicht gefunden irgendwie, nur wie ich dachte, ah, ja, hätte ich dann schön mitnehmen können, den Pokéstopp. Den Pokéstopp habe ich nicht dran gedacht, aber wir haben ja noch, da ist ja noch einer. Das ist echt ein Vorteil, wenn du in der Stadt wohnst, hast du echt einen Vorteil, da sehen wir es jetzt unten, der Pokéstopp bei ihm. Wenn du in der Stadt wohnst, hast du echt einen Vorteil. Ah, wir gucken mal, was da jetzt ist in dem Pokéstopp. Ah, er nimmt den zum Beispiel mit. Er nimmt den nochmal mit, ich hab den nicht mitgenommen, das ist leider scheiße gewesen. Ah, Torbogen, sieht ja nicht schön aus. Hat er nicht geschafft. Schützen alle Bigge, was haben wir denn da drin? Dreh, 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 dreh. Ja, es ist, ich hab echt, muss ich mal gucken, ob das wirklich mit der Datenverbindung in, ob das so viel Daten braucht. Einen Trank, ein Trank drin. Jetzt wollen wir natürlich noch ein paar fangen. Wir wollen noch ein paar Pokémon, wollen wir noch fangen. In der Nähe. Also, einige sind, es sind ja auch eigentlich einige. Ne, sehen wir noch, da hinten nochmal die Anzeichen dafür, dass da noch was ist. Er nimmt jetzt nochmal die Schützenhalle mit, was hat er? Er hat nur ein paar Pokébälle bekommen. Zurecht, zurecht. Ja, mal gucken. Wir werden auch sehen, was da noch so ist. Wir laufen mal noch weiter, gucken mal noch, was da hinten noch ist. Überall Anzeichen, dass da sich noch was verbirgt. Nur, ja, das Bildschirm bei Regen aufgenommen. Bei uns ist Ultra-Sonnenschein und das Bild voll am Pissen. Ich weiß auch gar nicht, wie das genau funktioniert. Wir haben da gestern schon mal so ein bisschen gerätselt, wie das denn ist mit diesen Bildern. Ist das alles von Google Maps übernommen oder wie genau funktioniert das? Das da wirklich bei allen Sachen genau die Bilder da sind von den, ich sag mal, in Anführungszeichen Sehenswürdigkeiten. Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage, weil teilweise wir hatten so ein Hotel, wo dann die Wand quasi ein Pokéstopp war, weil die Wand bemalt war von dem Hotel. Keine Ahnung, da ist eins. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Das kann ja nur ein, ja genau, ein wildes Taubsi. Ein wildes Taubsi und ein wilder Marmuel in einem Bild vom Netto. Vorm Netto-Markt, ja. Matthias und seine Schuhe wieder im Bild. Ein wildes Taubsi und ein wilder Marmuel in einem Bild. Ja, das macht schon Spaß. Wenn du wirklich zu mehreren rumläufst, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon gemacht habt, ob ihr schon mit mehreren Leuten unterwegs wart. Ey, Glückwunsch, 50 Pokémon vom Typ normal. Ich habe aber allerdings auch einige heute, äh, ja, sehen wir es jetzt bei ihm. Ich habe auch einige heute zum Professor geschickt, um mal wieder ein paar Bonbons zu kriegen, weil teilweise die, die ganz schlechten Pokémon... Marmuel. Ja, der hätte das jetzt einstellen können, hat sich aber dafür entschieden, es nicht zu tun. Ja. Ja, großartiger Wurf, Matthias, ganz großartiger Wurf. Ah, er hat es. Er hat es gefangen und da hinten sehen wir noch, da ist noch eins irgendwo unterwegs bei mir. Da sehen wir es noch. Bin mal gespannt. Noch mehr, noch mehrere. Noch mehrere. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, bei ihm ist irgendwann die Aufnahme abgeschmiert. Also bei ihm ist irgendwann, äh, ja, hat es irgendwann bei ihm zerrissen. Die Aufnahme, ich glaube, sein Akku war leer und deswegen... Ja, mal gucken. Wir werden noch sehen, dass wir... Ich laufe jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Er ist noch... Ah, genau da. Bei ihm hat es jetzt zerrissen und bei mir läuft es jetzt weiter. Und wir gucken mal nach. Wir gucken mal nach, dass wir noch ein bisschen weiterlaufen und noch ein, zwei, drei mitnehmen. Okay, du musst auch ausnutzen. Wenn du einmal unterwegs bist und so, dann musst du auch noch ein paar mitnehmen. Du musst noch ein paar fangen. Und ich werde heute auf jeden Fall noch losziehen und versuchen, meine Arenen hier wieder einzunehmen, denn es wird schwierig. Es wird schwierig, weil die Leute bei mir im Dorf teilweise echt schon... Ja, schon ziemlich am Abgehen sind, muss man wirklich sagen. Die sind schon echt ziemlich on fire teilweise, was das angeht. Also, ja, wird... Wird schwierig. Wird schwierig. Ähm... Aber wir werden sehen... Oh, da ist noch eins. Ein Horn-Li-Ju. Ein Horn-Li-Ju. Ein Horn-Li-Ju. Was wir jetzt noch einfangen? Auf dem Asphalt. Ja. Es lässt sich nicht einfangen. Matthias. Matthias wird da im Bild. Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist so lustig. Es ist so ein lustiges Spiel. Es macht mir echt... Es macht mir Spaß. Macht Matthias aber auch Spaß. Und er wohnt ja... Er wohnt ja in der Stadt. Im Gegensatz zu mir. Und ich habe ihm gesagt, er soll auf jeden Fall mal berichten, wenn er wieder zu Hause ist, wie das dann ist. Ob er wirklich... Vielleicht wohnt er ja sogar bei einem Pokestop. Oder vielleicht wohnt er natürlich... Oh, ist ein Taubsy. Vielleicht wohnt er ja auch, ähm... Direkt bei einer Arena oder so. Keine Ahnung. Er soll auf jeden Fall mal berichten. Er ist jetzt am Wochenende wieder zu Hause. Und dann wollen wir mal sehen, wie das denn bei ihm so ist. Im Vergleich zu mir. Bei mir im Dorf. Ja, ist schwierig. Da muss ich schon echt ein bisschen Strecke machen, bis ich mal... Ja, bis ich mal alle Pokestops und alle Arenen mal abgegrast hab. Ey, dann läufst du dich zu Tode. Ohne Witz. So. Level 8. Sind wir gerade. Und... Ja, es läuft. Es läuft doch. Es läuft doch. Wobei, hier sind überall noch welche in der Nähe. Ich merke das doch. Ich merke das doch. Siehst du doch, dass hier überall noch welche in der Nähe sind. Das hab ich dir im Auge gesagt. Matthias. Pass mal auf. Hier sind überall noch Pokémons in der Nähe. Ja, siehst du ja. So viele noch eigentlich, die da noch in Reichweite sind, sag ich mal, von uns. Na, mal gucken. Ich muss doch echt mal... Also ich hab jetzt ein Pokémon, glaub ich, mit... Boah, mit 400 Wettkampfpunkten. Das ist ja bei mir aber schon das Maximum. Ähm... Ja, muss ich mal gucken, dass ich die mal noch ein bisschen höher level. Ich will allerdings auch den Staub nicht verschwenden dafür. Unbedingt. Na, mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch ein paar gute. Morgen bin ich noch mal unterwegs. Wobei, morgen... Ja, morgen und Freitag. Freitag bin ich noch mal in der Stadt und gucke mal, dass ich da noch mal auf jeden Fall was hinkriege. Ich hab mir jetzt noch mal ein neues Mikrofon bestellt, damit ich auch mal live da noch ein bisschen kommentieren kann. Wenn ich unterwegs bin, auch wenn die Leute einen dann wahrscheinlich ziemlich, ziemlich dumm anschauen werden, wenn man durch die Stadt läuft und dann, äh... Ja, live dann da zu was sagt. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie wir das hinbekommen. Sind wir gleich auch wieder zurück bei unserem Auto. Wir hatten das da geparkt bei so einem Supermarkt. Und sind dann quasi mal irgendwie so... Ich sag mal, so eine Runde gelaufen, so einen Kreis gelaufen. Oh, da ist noch eins. Ein Rad vor Ratz und ein Rad Mabuel. Guck da blöd in die Kamera. Hä, was willst du von mir? Ich will dich fangen. So, zack, zack, zack. Ab ins Kartönchen mit dir und mal gucken, was es gibt. Wenn sie sich nicht befreit. Wenn sie sich nicht befreit. Na, das tut's aber nicht. Mal schauen. Rad vor Rad wurde gefangen und gibt 100 EP. Ja, hat kaum... Hat natürlich kaum Wettkampfpunkte jetzt. Ja, teilweise am Ende ging's. Auf dieser langen Geraden am Ende haben wir doch schon einige gefunden. Aber zwischendurch muss ich sagen, ja, war es auch mal ein bisschen, äh... Ein bisschen Leerlauf. Wie schneid der dann immer? Ich hab jetzt ein paar Sachen natürlich auch rausgeschnitten. Oh, da ist noch eins. Ein Taubsi. Taubsi find ich so oft. Ich find 100 Millionen von den Viechern, ohne Witz... Ja. Der Ball... Ah, der Ball fliegt schön in die Karpaten rein. Aber ich hab ihn. Ja, ich hatte das jetzt auch gehört mit diesem Curved Ball, dass du dann mehr EP kriegst. Äh, ich hab gehört, 10 EP mehr kriegst du, wenn du den Curved Ball wirfst. Muss ich mal gucken. Muss ich beim nächsten Mal mal ausprobieren. Dass wir dann den Curved Ball mal auf die Viecher draufschmeißen und dann mal gucken. Taubsi. Taubsi, 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 Taubsi. Taubsi, Taubsi. Ah, wir haben ihn... Warum hab ich den denn entwickelt? Wie blöd. Das war eigentlich unlogisch, den jetzt zu entwickeln, weil er eigentlich viel zu wenig Wettkampfpunkte hat. Naja. Was ich mir dabei jetzt gedacht hab, das weiß im Grunde nur ich selber von gestern. Der Vergangenheitsfried weiß das nur noch. Aber nur gut, kommt ein Tauboga raus. Und jetzt sind wir gleich wieder... Jetzt sind wir gleich... Oh, am Meer, am Meer, am Meer sag ich schon, am... Am Fluss, am Fluss haben wir noch eins gefunden. Hallo, Matthias. Ein Krabbi, ein Krabbi. Wir sind da übrigens, links ist ein Getränkemarkt. Vielleicht hat Matthias deswegen da hingeguckt. Er hat das Bier schon mal rochen. Ich weiß es nicht. Und ab mit dir in den Pokéball. Nice. Nice, nice, nice. Ab mit dir. Ja, nochmal 100 EP. Wirklich, ich muss es mit den Körb-Bällen mal ausprobieren. Es gibt auch wirklich noch so viel, was ich lernen muss noch bei diesem Spiel. Aber ich hab auch schon einiges gelernt davon. Also vor allem, es macht Spaß einfach. Das ist doch die Hauptsache, ne? Du musst doch kein Profi sein in jedem Spiel. Du musst dir einfach... Es muss dir einfach Spaß machen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mal ein Like da. Und dann sehen wir uns später wieder bei Clash of Clans. Danke schön fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.